Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, aber das war ein Missverständnis. Und das ist jetzt beseitigt. Bitte schön, essen Baklava. Danke. Danke. Mmh. Sehr lecker. Ach. Ach, das ist gar nichts. Sie essen Schweinefleisch? Nein. Nein, ich esse kein Schweinefleisch. Gut. Schweine. Ganz dreckig. Ja. Ja. Ach. Lamm? Ja. Oh ja. Lamm esse ich sehr gerne. Tschüss, Buz. Tschüss, Buz. Grillia fahrt, ist nicht, Baba? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ganz schwere Frage, ne? Ein Bürgerungstest. Ich wissen. Sechzehn. 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 Ich bin in der Kirche. Ich bin in der Kirche. Ich bin in der Tür. Ich weiß nicht. Adnan. Ich bin in der Tür. Ich bin in der Tür. Ich bin in der Tür. Die Tür eingeht sich in der Tür. Vielen Dank.